Guten Tag, liebe Besucher. Mein Name ist Matthias Radneck. Ich bin Direktor Marketing bei Hitachi Data Systems in Deutschland. Und ich möchte hier ein kurzes Statement abgeben über meine PR-Agentur, Maisberger Weidoaks, mit der wir seit 1. Januar 2007 zusammenarbeiten. Wir haben uns für Maisberger Weidoaks entschieden, nach einem RFP von insgesamt 5 namhaften PR-Agenturen, und da hat sich herauskristallisiert, dass Maisberger Weidoaks als Team sehr geschlossen auftrat, mit sehr viel Know-how und auch mit sehr viel Eigeninitiative. Wir haben uns für Maisberger dann entschieden und in den letzten drei Monaten, wo wir jetzt mit Maisberger zusammenarbeiten, hat sich auch genau dieser Eindruck bestätigt, eigentlich sogar mehr als bestätigt. Wir sind mit den Leistungen von Maisberger sehr zufrieden, insbesondere dahingehend, dass man das Know-how durch sehr fachliche und qualifizierte Texte erkennen kann. Darüber hinaus zeigt sich auch, dass man Maisberger und dem Team nicht allzu viel sagen muss, wenn man ein Thema ansprechen möchte und platziert haben möchte. Da zeigt sich diese sehr proaktive Reaktion oder Auftreten dieser Agentur wieder und ich freue mich auf die nächsten neun Monate mit Maisberger. Ich denke, dass wir da noch sehr viel erreichen können. Vielen Dank.